Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge CrateLive4. In der heutigen Folge befassen wir uns mit unserem Raketen-Shop. Erstmal nicht wundern, das hier ist eher ein temporärer Shop, denn es wird irgendwann zu einem Drachenkopf umgewandelt. Übrigens auch an dieser Stelle Dankeschön an La Twyla, die sich darum gekümmert hat, denn ich habe ihr angeboten, sie darf meinen Shop permanent nutzen, kostenlos, wenn sie dann beim Bauen hilft. Und deswegen haben wir jetzt diesen temporären Shop erstmal hier. Und das heißt, heute geht es um die Technik dahinter. Bedeutet, meine Aufgabe wird es sein, ich denke mal von der Seite, genau dieser Barrel, der muss angesprochen werden. Und dort muss, sobald ein GearCoin drin landet, muss da ein Stack Raketen rein. Und das ist auch die große Hürde. Nicht nur das selbst, sondern auch die Sache, dass wir nur eine Seite haben. In Minecraft Vanilla wäre das fast unmöglich, das überhaupt hinzubekommen. Außer du hast darunter Minecraft und so weiter. Aber das ist schon ziemlich schwer. Und deswegen wird es eine Herausforderung. Und da habe ich ein paar Ideen. Und deswegen würde ich euch heute Schritt für Schritt erklären, wie ich mir das Ganze vorstelle. Deswegen beginnen wir erstmal mit der einfachsten Sache. Und zwar Items rausziehen. Natürlich müssen wir die Sachen rausziehen. Und da habe ich mir das sehr simpel vorgestellt. Wir ziehen die Sachen raus. Also an dieser Stelle würden wir das Ganze dann zum Beispiel in diese Kiste reinsteuern. Und das heißt für uns, wir müssten hier nur ein Belt entlang ziehen. Dafür habe ich ein paar parat. Super. Das heißt, wir nehmen dieses Belt, ziehen das hier rüber und sorgen dann dafür, dass die Items da drin landen. Das heißt, wir brauchen die richtige Rotation. Und dann müssen wir hier diesen Sachen reinfließen lassen. Um das rauszuziehen, bräuchten wir dann aber auch ein bisschen mehr Definition. Denn dafür brauchen wir einen Brass Funnel. Und dem müssen wir sagen, was er rausziehen darf. In dem Fall lege ich jetzt mal temporäre Raketen rein. Aber eigentlich sollten... Ne. Ich habe Geocains. Eigentlich sollte da ein Geocain rein. Genau. Dieser Geocain, der kommt da rein. Und dort können wir jetzt auch sagen, wie viel. Das heißt, wir können das Ganze mit unserer Ranch hoffentlich definieren. Moment. Hier können wir das Ganze einstellen. Oh Gott, ich muss nochmal schauen, wie das ging. Moment. Ich habe es herausgefunden, ich hätte nach oben scrollen sollen und nicht nach unten. Auf jeden Fall, hier seht ihr, da ist jetzt eins definiert. Und das ist schon mal das Erste, was wir benötigen. Der nächste Schritt ist dann zu wissen, wie viel ist da überhaupt gerade drin. Denn unser Funnel hat ein eigenes Inventar. Und dann müssen wir hier gezielt abchecken, was ist da gerade drin an Mengen. Und das müssen wir dann beispielsweise so machen. Jetzt haben wir aber schon wieder zwei neue Probleme. Problem 1 ist erstmal, wir müssen da Items reinbringen. Und Problem 2 ist, dieser Content Observer, der zeigt da jetzt von der Seite drauf. Und ich weiß nicht, ob der nach oben gerichtet werden kann. Deswegen testen wir das Ganze mal. Und es sieht so aus, als würde der nur seitlich gehen. Da muss ich mir mal ganz kurz Gedanken machen, weil das ist eigentlich für mich jetzt das größte Problem aktuell. Alright. Ich glaube, ich habe eine Antwort. Denn ich könnte ja einfach dieses Signal, das hier abgeprüft wird, kann ich ja dagegen leiten. Das heißt eigentlich, unser Content Observer, der prüft natürlich und würde dann hier ein Signal hinschicken. Und das könnte ich dann wiederum lesen. So stelle ich mir das zumindest vor. Problem ist jetzt an dieser Stelle eigentlich eher, dass wir noch keine Energie haben, um das zu simulieren. Das heißt, wir brauchen jetzt eine temporäre Energiequelle oder vielleicht keine temporäre, sondern eine richtige, die wir vielleicht sogar von oben irgendwo ansteuern. Und daher baue ich mir mal ganz kurz eine kleine Mechanik auf. Das heißt, ich nehme ein Beering. Ich nehme mir dafür diese typischen Sails. Und dann habe ich eigentlich schon eine Rotation, die ich brauche. Alright. Wir haben mittlerweile hier das Ganze umgebaut. Und zwar haben wir einmal hier natürlich unsere Energiequelle. Das heißt, das Ganze rotiert sich auch. Und ich habe realisiert, ich kann einfach hier ein Ratsenwire drauf machen. Und das ist im Grunde meine Antwort. Das heißt, wenn ich jetzt hier was reinlege, dann werdet ihr gleich hier oben mal beachten müssen. Und ihr seht, zack, da kam ein Licht. Heißt, wir können jetzt ermitteln, ob da ein Item richtig drin gelandet ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Ratsen reinlegen, dann passiert da nichts. Logischerweise. Was allerdings noch eine kleine Gefahr für mich ist, wie ich das löse, weiß ich noch nicht so ganz, ist jetzt der Fakt, was wäre, wenn ich dann zum Beispiel mehrere reinlege. Oh. Ähm. Scheinbar nichts. Scheinbar nimmt er nur einen raus. Okay. Und dann gibt er wieder ein Signal aus und dann haut er den nächsten raus. Ich verstehe. Das heißt für uns, wir können, dadurch, dass es so langsam hier ist, können wir das relativ gut runtertocken. Und das würde bedeuten, die andere Seite, also der Mechaniker Arm, den wir aufstellen wollen, der hier liegt, ähm, der muss wiederum schneller werden und der muss dann eingestellt werden, dass er da Sachen reinlegt. Das heißt, unsere nächste Aufgabe wird sein, den Mechaniker Arm anzudocken. Ähm, am besten auch relativ nah, denn die haben nicht unendlich viel Reichweite. Und dann müssten wir nur noch schauen, dass wir vielleicht den Funnel da vorne nochmal wegpacken. Und dann kann er das dann hoffentlich automatisch da reinlegen. Deswegen, wir testen jetzt mal wieder weiter. Alright. Mittlerweile habe ich auch ein paar Antworten mehr. Ich habe mittlerweile hier eine Kiste. Ich habe hier meinen Funnel, der jetzt immer in diese Depot-Sachen reinlegt. Und jetzt sollte ich normalerweise per Rechtsklick definieren können. Da nimmst du Items raus. Ihr seht, Tags, Items from Depot. Und dann sollte ich hier nochmal Rechtsklick machen. Hatte ich gehofft. Oh nein. Sag nicht, es geht damit nicht. Okay, das ist ein Problem. Ich hatte eigentlich den Gedanken, dass ich es damit gezielt reinlegen lassen kann. Aber er hat damit ein Problem. Er kann das nicht als Interface verwenden. Und das heißt, ich brauche eine Alternative, mit der er arbeiten kann. Also wir wissen ja, mit Funnel geht das Ganze. Aber wie soll ich das jetzt am besten hier realisieren? Kann ich aus White Concrete irgendwelche Treppen machen, sodass dann irgendwelche Dinge versteckt werden? Ich überlege mir mal was, weil das ist auch ein kleines Problem für mich. Okay, wir sind an einem Punkt geraten, der mir nicht gefällt. Denn ich finde keine richtige Lösung. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gelöst hättet. Aber wir haben jetzt das kleine Problem, dass wir hier wirklich nur Items rausziehen können und nicht gleichzeitig reinlegen können. Da der Mechanikerarm das nicht kann. Der kann mit solchen Dingen arbeiten, wie ihr seht. Aber der könnte auch mit sowas arbeiten. Aber halt nicht mit sowas. Und das ist ein Problem. Aus dem Grund wäre jetzt eine Lösungsmöglichkeit, dass wir diese Belts hin und her drehen lassen können. Wir können nämlich einen Funnel in beide Richtungen nutzen. Allerdings bestimmt er dann eben anhand von Belts, ob er rein oder raus zieht. Problem ist aber, wir brauchen ein Filtersystem. Würde bedeuten, wir müssten ein hochkomplexes System schaffen, das hinter der Kiste ist. Was bedeutet, wir würden erstmal alle Items, die da sind, in eine Kiste reinziehen und von dort aus einzeln dann rausziehen und prüfen. Und danach wieder alle Items zurückschieben. Oder wir machen es eben so, wie ich es vorhatte. Nur, dass wir alles noch eins nach hinten schieben. Das heißt, den Barrel nach hinten schieben und dann haben wir Input und Output als Möglichkeit. Und das ist wahrscheinlich die bessere Lösung. Deswegen werde ich genau das machen und werde jetzt alles nochmal um einen Block nach hinten verschieben. Also zumindest den Klotz da vorne. Und wenn wir das getan haben, dann können wir damit hoffentlich besser arbeiten. Also von daher, schade. Ich hatte eigentlich gehofft, ich kann eine Seite nutzen als Interface, aber es wäre jetzt zu aufwendig. Und außerdem muss man dazu sagen, das, was ich hier baue, ist vielleicht am Ende nur temporär. Weil ich ja bereits erwähnt habe, das, was wir hier gerade bauen, das ist nur, solange der Drachenkopf noch nicht existiert. Und wenn der Drache dann irgendwann existiert, in dem dann zum Beispiel ein Drachenmund die Sachen ausspucken kann, dann sieht es natürlich nochmal anders aus. Deswegen müssen wir akzeptieren, wie es ist. Wir werden das jetzt erstmal so aufbauen. Und wenn ich gleich mal alles wieder vorbereitet habe, wie es davor aussah, dann können wir auch den Abend gleich anschließen. Okay, wir sind fertig mit der Vorbereitung. Wir haben jetzt erstmal das Ganze so aufgebaut. Hier ist unser Redstone Wire, also ein Content Observer, der prüft, ob da Inhalt drin ist. Wenn ja, dann würde er dieses Signal wieder umdrehen, hoffentlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das Signal zu kürzt ist, aber ich hoffe, er einfach mal es tut. Wir können es ja mal testen. Was würde passieren, wenn wir da jetzt zum Beispiel welche reinlegen? Es gab ein Blinken. Und ihr seht, da sind jetzt Raketen drin. Wie viele sind da drin? Hoffentlich komme ich jetzt wieder zu meinem First Stack. Genau. Also das heißt, wir wären dann in der Lage, jedes Mal, wenn ein Item durchgezogen wird, das ganze Zeug hier rauszunehmen. Und dann müssten wir jetzt nur noch sagen, der mechanische Arm soll das Zeug auch weiter übertragen. Ihr seht, da ist er jetzt. Ich hätte vielleicht erstmal definieren sollen, was er kann. Mechanische Arm, da rausziehen und da reinziehen. Super. Also hier kommt es wieder ran. Und jetzt können wir es testen. Was würde passieren? Was würde passieren, wenn wir da jetzt einen Geekern reinlegen? Ähm. Bist du zu langsam? Kann das sein? Ähm. Er dreht sich. Er dreht sich. Okay, er ist wirklich sehr langsam. Ähm. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Ich glaube ganz fest an dich. Er nimmt die Sache ganz langsam raus. Und wenn er die dann langsam mal besitzt, dann nimmt er sie und versucht danach natürlich sein neues Interface zu nehmen. Und zwar das da hinten. Also wir üben es nochmal gemeinsam. Du hast die Raketen jetzt. Jetzt einmal da rüber. Ja. Okay. Er startet. Er startet. Er legt sie langsam rein. Und wenn er es dann geschafft hat, dann sollten die da drin landen. Okay. Funktioniert. Das heißt, wir konnten damit jetzt beweisen, wir müssen nur eine Minute warten und dann wird ein Geekern umgewandelt. Super. Da sollte ich vielleicht einen Speed Controller ranhängen, aber prinzipiell tut es. Okay. Ich denke, ich habe es fertig. Also das Ding ist jetzt auf maximale Geschwindigkeit und es ist sehr kompakt gehalten. Kann man glaube ich deutlich sehen. Denn ich nehme jetzt hier den Belt, gehe da ran, gehe da runter, äh gehe da hoch mit der Gearbox runter, dann hier entlang, da entlang und dann bin ich hier an dem Mechaniker arm. Und jetzt testen wir es einmal. Also aktuell sind da nicht viele Raketen drin, aber ihr seht 14 Stück. Und das heißt, wenn ich jetzt wieder in Geekern reinlege, dann zack, da ist er. So einfach geht's. Und normalerweise, wenn ich da jetzt mehr drin hätte, dann würde er das ab und zu runtergreifen. Ich würde dafür sogar extra nochmal ganz kurz was vorbereiten. Denn ich will es auch besser simulieren als jetzt mit diesen, mit diesen paar Raketen, die ich gerade habe. Äh, deswegen, ich erfahre mir mal ganz kurz ein paar Stacks, Raketen, lege die dann rein und dann kann ich euch das besser zeigen. Und außerdem würde ich diese, äh, diese Kiste, die ich aktuell habe, natürlich auch noch austauschen mit einem besseren, ähm, Inventar. Aber genauso auch diese Kiste hier, wobei, da ist es egal, die wird nicht voll. Aber bei der anderen wäre es ganz gut, wenn man da auch Drawn nimmt. Okay, mittlerweile bin ich vorbereitet. Also, das erste, was ich machen wollte, ganz klar hier diese Kiste austauschen. Deswegen hauen wir die weg. Und, wo haben wir die Kiste gelandet? Das ist, ah, hier perfekt. Ähm, dann nehmen wir hier jetzt unseren Drawn und da packe ich jetzt mal richtig Raketen rein. So, meine Rakete würde ich eigentlich gerne behalten, also den 1-Stack. Ähm, aber ihr seht, das sind jetzt schon ein paar Stacks abgelagert. Und jetzt ist im Grunde die Frage, was passiert, wenn wir hier zum Beispiel mal, sagen wir doch mal, 3 Stacks, ach, was sag ich, 3 Coins reinlegen. Dann sollten normalerweise 6, 12, 18, 100, 192 drin landen. Deswegen schmeißen wir die rein und zack, die ersten 64 sind drin. Jetzt warten wir einen kleinen Moment, bis die erste, äh, bis die erste Geo-Hörn weg ist. Dann kann nämlich der nächste rausgezogen werden. Zack, nächste 64 Stacks. Geile Sache. Und jetzt noch gleich ein weiteres Mal. Äh, und wenn das läuft, dann haben wir unseren Shop perfekt automatisiert. Und damit ist alles erledigt. Es läuft, wie es soll. Was ich immer noch als kleines Problem sehe, ist die Kapazität, ähm, von dem Barrel, äh, von dem Trawn. Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen erhöhen. Und Raketen farmen. Aber das werde ich auf jeden Fall jetzt machen. Ähm, aber hey. Das heißt, unser Shop funktioniert. Wir können ab jetzt Raketen verkaufen. Die Leute können sich ab jetzt Raketen holen. Und ich hoffe, das Geschäft wird boom. Von daher schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie ihr das vielleicht sogar verbessern wollen würdet. Ähm, aber wie gesagt. Es wird auf jeden Fall noch ein Shop werden, bei dem ein Drachenkopf da ist. Der dann eben die Items auch ausspucken kann. Das heißt, der soll noch viel krasser werden. Aber erstmal bin ich einigermaßen zufrieden. Klar, dass das Ding jetzt ein bisschen hinten eingedellt ist. Ist schade. Aber es ist für den Anfang schon mal ziemlich gut. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao. Bis dann.